Hallöchen, und heute spielen wir wieder im Ding. Bullet Force. Ich bin euer CHGGH und ich spiele heute was. Aber nicht Team Deathmatch, oder Waffenspiel, oder Eroberung, sondern Assault Rifles. Ja, ich hab mir mal überlegt, dass ich das machen kann. Oh, in den Woods. Assault Rifles in the Woods. Assault Rifles in the Woods. Schüsse. Freiförle. So, wenn es so ein paar Leute gibt, ich muss hier ein bisschen zurechtdrucken. Okay, dann passt ja alles wieder. Alpha? Oh, fuck, Alter, sie ist geil, das wieder. Man kann springen? Seit wann konnte man springen? Als ob ich springen noch niemals gefunden habe. Ich hab noch niemals springen in meinem ganzen Leben gefunden. Esther Flint. Oh, man kann normal laufen. Hello? Oh, fuck, ey, ich bin jetzt gerade so am Arsch. Ich versteck mich einfach. Ich versteck mich einfach. Okay, ich weiß. Scheiße! Oh, fuck, ey. Ich bin gerade hier richtig... Ich habe hier gerade richtig Schiss. Ich habe mich so erschrocken. ich hatte mich so erschrocken ich hatte mich so erschrocken da stand auf einmal jemand und das schießt mich hier oh what the fuck oh what the fuck oh what the fuck okay okay da ist einer da ist einer da ist einer er ist gar nicht tot der kam von hinten und der andere war vorne und ich war trolle ich muss jetzt nicht alles du kannst nicht mal ich habe so schiss ich glaube nur drauf also ich bin drauf nein der konnte von hinten Nein, da kam er von hinten. Ja, ich habe mich jetzt so drauf auf die konzentriert hier. Hallo. Hier krepieren welche. Das hört sich nicht so gut an. Ich hasse Krieg, aber manchmal muss man Krieg tun. Um zu überleben. Oh, es gibt einen Chat. Es gab einen Chat, auf jeden Fall habe ich keinen Chat hier. Ah, Junge, ich erkenne, ich hatte gerade gar nichts erkannt, der hatte eine Ska, ha, 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 ha. Ja, der Geister hatte eine Ska, ha, 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 ha. Fuck! Was habe ich auf meinen Tippel gespuckt, ey? Scheißen, ey. Nein, ich gehe da weg vom Bunker. Ich bin da lieber am Freien. An der frischen Luft. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich knall einfach nur drauf. Ich knall einfach nur drauf und weiß nicht, wo der ist. Und der denkt sich so, ähm, ja, okay. Habe ich mich jetzt erschrocken, ey, ich habe immer wieder ein Herzinfarkt, weil es so eine Scheiße ist. Man muss sich überall checken, habe ich jetzt gemerkt, habe ich jetzt gemerkt. Nein, ich hätte wegrennen müssen. Ja, die haben auch schon bessere Waffen alle gekauft, ey. Nein, das war eine Granate. Kannst mich mal. Den Ska, den Ska. Ich bleibe jetzt mal hier. Nein, 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 nein. Ska, nein. Wie viel Leben hatte der? Der ist doch Rang 94 oder so eine Scheiße, ey. Okay, jetzt gehe ich in den Bunker. Ich gehe wieder seit lange in den Bunker. Ich gehe wieder seit lange in den Bunker und grebe hier. Jetzt musst du dich jetzt in den Bunker. Ähh, wieso? Ach, komm schon! Als 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 die mich da alle verfolgen würden und mich dann abgefallen würden. Nööö. Oh Gott, so schön. Das war doch gerade jemand, der auf mich getötet hat, oder? Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Der hat's schon gekannt! Der hat's schon gekannt! Da unten sind welche! Da unten sind welche! Mein Herz! Der hatte den Sniper. Der fällt einfach so, der will. Der wollte halt verrecknen. Nein! Der Komi kann auch noch, ey. Entweder der sich alle diese Waffen hier gekauft, oder die haben sie verwandert. Oh Gott! Back from the death! I'm not breaking it! Back from the death! Back from the death sag ich nur dazu. Dazu kann ich jetzt gerade nur sagen. Back from the death. Nooo... Ich war Fünfter! Ich bin damit sehr zufrieden, dass ich Fünfter bin. Aber ich spiele nie wieder! Nie wieder! Freie Fahre! Nie wieder! Nein! Tschüss! Tschüss! Ich mache hier Team Deathmatch! Ich mache hier Team Deathmatch! Ach, nicht! Wutsch! Ja, Team Deathmatch in der Wutsch! Schakalaka! Ding, lang! Team Deathmatch in der Wutsch! Schakalaka! Ding, dong! Fuuuck! Fuuuck! Prison! Team Deathmatch in a prison! Schakalaka! Ding, lang! Schakalaka! Schakalaka! Ich habe einen Plan! Und dieser Plan ist idiotensicher! Also xx Spiele xx sicher! Besteckt ihn aus Kappen und runter! Na ha 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 rain! Stay in the shadows, you motherfucker! Ha 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 ha! UMP hat der und der Glitterlippi! UMPs stärken wir die Anfangswaffe? Shit! Shitstinten, Alter! Wo drauf knallen wir überhaupt? Oh, what the fuck? Nein, jetzt hatte ich gerade noch eine Farmers und dann kill der mich. Oh, da war gerade eine OMP. Scheiß drauf, Alter. Scheiß auf eine OMP! Der braucht eine fucking OMP. Oh, da hinten haben wir noch schon welche. Was hatte ich da für eine geile Waffe gerade? Alter, ich hatte gerade so eine geile Waffe. Und ich hatte nichts und ich war gerade so geil dabei, da rauszugehen, aber ja. Der Übermut. Also, liebe Kinder, seid niemals übermütig und glaubt, ihr könntet gewinnen. Egal, ob es mega gut für euch steht. Der ist dann mega gut für mich und ich habe verkackt. Jetzt darf ich nur nicht verrecken, ey. Jetzt darf ich nur nicht verrecken, ey. Jetzt darf ich nur nicht verrecken, nur nicht verrecken, nicht verrecken. Als ob der mich noch umbringt mit der Schottie. Der killt mich mit der Schottkern, Alter. Also, ich wusste echt noch nie, dass man springen kann, ohne ich hörs jetzt. Ich wusste nicht, dass man springen kann. N60. Fuck, fuck, nein! Nein, nein, nein! Mit dem Knife hat er mich umgebracht. Fuck, nein! Das Knife muss man sich ja nicht kaufen, das hat man automatisch, wenn man alleine Person nah genug dran ist. So, jetzt, ich habe ihn mit dem Knife gekillt. Ich habe eine epische Waffe gehabt. Wie kann der mich durch die Wand erscheinen? Ach, da hinten gab es noch einen Gang. Fuck, ich habe nicht gesehen, dass es da hinten noch einen Gang gab. Und kann ich ihn? Nein! Wie ist das jetzt auch grepiert? Oh fuck, Russland hat mehr. Wie fahren wir es jetzt da? Nein! Nein! Okay. Hier sind Shurikanes, hier sind Shurikanes. Hier nehmen wir Shurikanes. Und ich kann es mir jetzt aussprechen, im Gegensatz zu dir, ich spiele Xx. Okay, 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 okay. Ich habe da, glaube ich, ein bisschen mitgeholfen. Ich habe da, glaube ich, ein bisschen mitgeholfen. Ich kann einfach überall hin. Ja! Genau das sollte man immer machen. Überall hinknallen. Ich kann einfach überall hin. Genau das sollte man immer machen. ... ... der hat eine fahrt eine fahrt fad hat der hat eine fad genau so spricht man es aus fad der sind um p ich weiß dass da jemand ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich das sieht mir aus wie so ein schwimmbad anstatt ein gefängnis ich weiß was ein heiligspot ist wo alles direkt dahinten gewesen ich glaube ich habe schon seit 15 minuten ich sehe nichts ist es ist zu dunkel jetzt ist es zu dunkel hier Ich geh den Schlauen weg, ich geh den Schlauen weg, ich geh den Schlauen weg, Alter, ich geh den Weg für Schlauen und Verrecke! Der hat ne, der hat, der hat diese, ähm, Minenwerfer. Dieser Minenwerfer. Oh, what the fuck. Okay, da ist niemand. Happy Hanukkah! Happy Hanukkah! Ich glaube, ich hab jemanden erwischt. Zweimal hatchet und der überlebt und ich, Alter, wieso hab ich nur gesniped? Ja, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Oh, oh, wir haben aufgeholt, wir haben ziemlich gut aufgeholt. Ja, wir holen auf. Die brauchen nur 50 Kills, Russland, Alter, Russland braucht nur 50 Kills. Aber ich glaube, wir mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Okay, okay, okay. Da, aus und rum, okay. Okay, na, we日本ation, alter ondeck, alterindeLove bueno. okay das weiß ich jetzt das weiß ich jetzt ist da der hafter 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 ich kann nicht sehen ich kann nicht sehen okay ich konnte nicht sehen ich ich bin gerade scheiße alleine ich fühle mich gerade wie in so einer zombie-apakalypse er sollte mal in zombie-mode eingebracht werden da ist jemand da ist jemand da ist jemand nein es war zwei ich habe einen gekillt okay ich habe eingekillt ich habe ich habe ich habe den 121 kill gemacht ich habe den 121 kill gemacht genau das darf nicht passieren genau so was hier auf uns nicht passieren deswegen gehen wir immer diesen weg hier ab also ich gehe zumindest immer diesen weg hier lang damit die nicht zu unserer base kommen hoch vor gelten das mal hier ich werde fast mit einer granate dahin tötet vielleicht welche ich renne durch den nebel er hat sich ein bisschen gelichtet alles ist wunderschön es ist jemand der mich umbringt was ist da ja alles ist 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 ja und der kompletten er kam vor hinten genauso dass ich passiert wir müssen immer diesen verfickten weg abgehen los ich bin jetzt ob ist es überhaupt der weg ich glaube das ist ja ich glaube ich habe mich verlaufen Nein, 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 ist der Weg, ist der Weg, okay, ist der Weg. Ich bin jetzt nur ein bisschen anders gegangen, weil ich von das gespawnt bin. Anuka, wo ist es, Anuka? Wir haben gewonnen. Wir haben doch gewonnen. Oh, 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 oh. GG, good game. GG, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Es ist gut, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, kann ich mir jetzt eine neue Waffe kaufen? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Also, ich habe hier gerade mal 4000. Oh, eine Bilder. Ja, Alter, die kosten ja alle. Zum Teufel noch mal so hier 1000 davon, ey. Naja, die Farmers war geil. AK12 ist noch geil. NSGH, Alter, 60.000. Ich werde... ...spaaren. Auf... ...die hier, die sind Sniper. Okay, nein, ich werde natürlich nicht so viel sparen, Alter. Ich bin auch nicht verrückt, ey. Oh, das Muggenut. Ja, okay. Hier kann ich ja nicht das bekommen. Okay, man muss es... Nein, 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 ich wollte es gar nicht mal. Nein, 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 nein. Nein, wollte ich nicht, wollte ich nicht, wollte ich nicht. Ich wollte hier auf Credits gehen. Okay, und Credits kann man... Ja, okay, das ist dieses Prinzip da. Hier, wenn man das, wenn man Gold hat, kann man sich Credits holen. Ich bin so ein Teufel noch mal ran. Zwei, ich spiele... ...spiele Beiträgen. Oh, Junge, sei doch nicht so laut. Sei doch nicht so laut. Das stimmt. Oh, Gott, ich könnte hier... Ich könnte hier 16 Spieler machen, ey. Ja, das sind doch... Nein, nein. Primärwaffe. Aber wenn es natürlich nicht... Nein, 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 nein. Die Anfangswaffe natürlich. Die Anfangswaffe. Ja, hier dann... Ja, so will ich es machen, so will ich es machen, ja, ja, so will ich es machen. Ja, so will ich es machen, ja, so will ich es machen, ja, so will ich es machen. Ich bin fertig mit diesem Let's Play, also bitte lass mir doch ein Like da und dann noch ein Abo, das wäre einfach wunderbar. Ciao!